Neu eingetroffen ist ein 37er Diesel, komplett original Alpina B7 Umbau. Das Fahrzeug ist aus 2016 in der Erstzulassung, hat 148.000 gelaufen, lückenlos bei BMW CXF gepflegt, selbstverständlich unfallfrei und nachlackierungsfrei. Schauen wir uns das Fahrzeug jetzt einmal im Detail an. Wir haben den Alpina Außenkit, wir haben LED-Scheinwerfer, Alpina originale 21 Zoll Leichtmetallfelgen. Das Fahrzeug hatte bis jetzt sechs Wartungen bei BMW gehabt, zuletzt bei 144.000. Es wurde auch die Software von Alpina draufgespielt. Wir haben das originale Lenkrad, Vollledersitze, sehr, sehr gepflegter Zustand. Hinten saß kaum einer. Hier haben wir ein Luftfahrwerk. Auch im Heckbereich hat er den Kit von Alpina. Ich finde den kleinen Heckspoiler echt gut gelungen. Also von hinten sieht er echt schön aus. Wir werden kurz den Wagen einmal starten, nicht zum Soundcheck, sondern damit ihr einmal seht, wie das Tacho auch schön aussieht. Zeig ich mal einmal bitte. Star Wars passt sehr gut. Also Alpina B7, es passt am Fahrzeug, alles ist gepflegt. Für seine Laufleistung ist er sehr, sehr gut erhalten. Für wie viel bieten wir den an? Für 36.850 Euro. Ist eine Inzahlungnahme auf den 750er. Das heißt, falls du auch ein Fahrzeug hast, den du vorher abgeben musst, den kannst du uns gerne anbieten. Den bewerten wir zum Höchstpreis auf. Eine Finanzierung ist auch natürlich möglich. Über die Consors Santander, FC und über die MKG Bank. Und wenn ich jetzt dein Interesse geweckt habe, rufst du an oder du kommst noch sofort vorbei.